Für die Ruhmutter! Oh nein! Da sind noch mehr! Da kommen noch mehr! Wie viele sind das? Alter, okay, okay, okay. Ich muss erstmal hier was herstellen. Wir schaffen das nicht! Obermutter, hilf uns! Ja, 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 Ruhe. Alles gut. Erledigt sie! Warum ist sie eigentlich so demotiviert? Von wegen, wir schaffen das nicht. Erledigt sie! Sie sind zu stark! Komm her, Junge! Vernichtet die Eindringlinge! Es sind zu viele! Sie haben keine Chance! Was ist denn los mit dir? Klar haben wir eine Chance! Los! Zack! Okay! Jetzt! Runter solange es noch geht! Ach du Scheiße! Komm zurück! Maler! Maler! Nein! Ja! Der Rotshopp stirbt jetzt! Alle! Vorwärts! Bleck mich im Arsch! Ähm... Ich weiß nicht, was eine Eisbombe macht! Niemand! Alter, gut! Na! 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 Ja! Alter, was? Na! Was? Was ist das denn? Ja, was ist das denn? Alter, was? Was hat der denn? Alter, hat's uns wegge... 治atet! Ach... Sorry! Aber was ist das denn? Alde... Wauwauwauwauwa! Gut, der ist tot. Poker... Ich weiß nicht, was w教 Yup! Das ist tot! Gefift, alle weggebracht! Okay, komm, komm, komm. Okay, da sollte drauf gehen. Du kannst nicht. So. Ruhe, Junge. Einfach weitergehen. Was von einfach weitergehen? Ich muss jetzt hier erstmal bauen. Suche, der Schatten besiegt es. Starker Blutkappen. Ich habe sie verloren. Okay. So Freunde, wie sieht es aus? Das ist... Oh, das ist... Oh. 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 Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Oh, nein! Nein! Verbrenne alles, dazu deine Aufgabe. Wie du befehlst. Eloy! Gott sei Dank. Aloy. Überleben. Geh. 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 Nein. Nein, 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 nein. Ich muss hier irgendwie raus. Ich brauch den Fokus. Nein. Rost hat mich gerettet. Alter. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Neuer Hauptquist. Der Leib des Berges. Suche nach deinem Fokus. Ich muss meinen Fokus finden. Wir können momentan keine Fähigkeiten hinzufügen. Alter Schwede. Was war das denn jetzt? Meine Sachen. Gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier. Okay. Was? Bin ich etwa im heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesen Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Ich empfange eine Art Signal. Das sieht hier wie die Ruinen aus, in die ich als Kind gefallen bin. Die Nora haben diesen Ort nicht erbaut. Es waren die Alten. Aber warum ist der kaputte Fokus da? Mit meinen anderen Sachen. Hey. Was kannst du mir zeigen? Alle Kommandanten, Ausgrabungen stoppen und sofort zum Missionspunkt. Vermeidet Kontakt zu den Nora-Welden. Doch wenn man euch sieht, tötet die Zeugen. Bild der Zielperson im Anhang. Versagt nicht. Bild der Zielperson. Wer sagt, dass ich genauso bin? Sie sahen mich durch Olens Fokus. Ach du Scheiße. Ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiskan. Ihr dürft nicht länger auf Z hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy. Du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell. Du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Erstmal Fähigkeiten. Ach du Scheiße. Okay, vier Punkte. Schlag von oben. Hier geht dich mit schweren Waffen schneller. Das finde ich gut. Das ist besser. Medizin ist auch gut. Volkettierster. Machen wir natürlich. Alter, Alter, Alter Schwede. Was war da jetzt los in den letzten zehn Minuten? Keine Ahnung. Alter. Warum sind wir hier? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Äh, ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich? Was? Was meinst du denn damit? Komm. Was ist das hier? Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallträufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich... hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach. Und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst du, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Da, oder? Da, oder? Identisgan wird durchgeführt. Alter Schwede. Das entsprich, wie die Frau dich sah.